Herzlich Willkommen zurück hier auf der Lieblingskanal TomMegzockt. Heute mal eine neue Runde Fortnite. Mit dabei ist der gute alte Dalle45. Was geht Leute oder was? Was geht ab Junge? Heute sagst du im Streamer Live Tycoon oder was oder wie? Im Tomek Tycoon oder was? Tomek Tycoon? Ja, kann man auch nennen, ne? Saß da ein Zehner in dem Pott, hast du wieder Bock? Willst du deine Taschen wieder auffüllen? Ja sicher, ich hab Bock auf den Pott. Hast du Bock auf ein Frühstück morgen wieder oder was? Ja sicher. Na gut, dann gehen wir mal rein in die Organisationsgleich, ne? So, du Hopplase, spring mal rum Junge. Immer. So, wir haben unser Platz ausgesucht, du bist hier, ich bin der. Boah, ist das hier auch ne Rutsche oder? Ist das von Scheiß? Ja, ich weiß nicht, aber das sind auch noch 43 Minuten, Alter. What is it? Wahrscheinlich kommt dann da was. Boah, der wird. Weiß du? Dann wieder, da wird auch einen Kampf. Und muss er, du musst hochlatschen, glaube ich, Nepoya, boah, jogge. Ja, gut. Dann setze hoch runter, links rechts rauf auf Go, Let's go oder auf Ja. Auf, ah. 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 Okay. Auf, ah. 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 wir kommen zurück äh, ok musst du hier, äh, musst du gerade Selfies oder Tassi? und an, ja ja, ok, ok äh, Computer Shop, Computer Shop und kann man hier machen? so aha, aha, ok was machst du da, Junge? was machst du da? äh, hey, hallo, hey, was machst du denn da? wie viele Follower hast du? äh, 3 das ist auch nicht so geil, ne? ich hab ja gleich gesehen, ich hab ja recht hier links mein Chat ja wie viel Kohle hast du draußen? das ist eine schwierige Kohle jetzt gerade, ne? äh, 2 ja, wo hast du gekauft? das ist die Frage, ne? ja, ich hab schon 7500 Follower ja ja, ja, ich bin YouTuber, Digga, weißt du doch ich weiß, wie der Hase läuft ich weiß, wie der Hase läuft okay wie viel hast du? ich hab jetzt 9000 gleich du? ich hab auch noch na, ok ok keiner bestimmt hier so ok, ja, ja ja ok ich zog gerade Fortnite einen Tycoon, Digga, am PC na, oder nicht sogar PC 100.000, äh, donation gekriegt wow 100.000, Digga na, ich bin bei wie viel live-show hast du eigentlich? nicht da oben rechts äh, 500 oh, 500 ich bin bei 400 gerade so erst das ist krass das ist krass wie viele Follower hast du denn? vorhabe ich jetzt 15.000 ok ja ja, ich guck mal hier, meine Internetleitung ist noch hier stabil Internet erstmal ja, ich guck so ich guck so die Frage ist, wozu, wozu Diamanten wozu? ja, das ist echt die Frage ja, das ist echt die Frage, ne? das ist die Frage, ne? viele Fragen Gottnot viele Diamanten hast du denn? äh, 53 ich hab jetzt nicht viele ich hab jetzt nicht viele ich hab auch nicht, ja ich hab auch nicht, ja ich hab mir so scheiß drauf erst mal, ne? auf dir das das ist aber auch gottlos wie viele Follower hast du? mit dem Dropper, digga das ist gottlos, ne? wie lange alter? naja, wo? äh, Follower 17.000, so wie viele? 17.000 18.000 ok ich hab aber, warte mal hallo, sie, hallo aha, aha das war eine Münze eingesammelt, ne? kollege ja, sicher hast du alle müssen schon gesammelt? ich hab alle Münze gesammelt ja ja hast du denn vom Anfang los? ja, ich bin geier, weißt du doch wie viele Zuschauer haste? 750 so im Schnitt ja, du? äh, 1,4 wow wo hast du ja, Junge ja, Junge hast du doch irgendwo gekauft, wieder hier, kickbait hier, ne? so Ego, machst du doch Ego, machst du doch ne, 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 ne wann holst du den Dropper, den nächsten? äh, habste followers followers äh, z doppelt was benutzt? dein Handy eher oder oder eher, äh, den dingens, PC ne, ein klick, der dingens äh, handy handy was für eine leitung ich habe nur die erste gut wenn ich man kann man denn jemanden zu ja aber ich weiß nicht was hier noch abgeht so was man hier noch starten kann also die frage ist warum noten bei dir so klicken aber solche sagen man kann hier auf deutsch stellen liga hat schon gesehen oder nicht doch so so oh nein ich hab voll verschissen ich hab voll verschissen ja du kacke sag doch nach oben dann gewinnst du doch ja ja genau das alles geburtiger alles nein aber schon einiges hast du schon eine küche ja viele viele und das heißt schon einige sind einige ich bin schon so ich bin bei 100.000 auf jeden fall so in dem bereich aber jetzt muss ich sagen finde ich den echt cool den allerdings den zuschauer anhänger 165.000 67.000 80.000 90.000 70.000 warum hast du so viele schritten geht das jetzt 80 81 82 83 84 85 86 und ich will wie viele zuschauer ich bin bei 7k mancher drunter ich hab du hast aber auch hier den ganz upgrade schnell deine intel leitung deswegen so heftig oder kann ich denn jetzt sagen manche dreht auf jeden fall durch wie viele anhänger sind wie ein follower anhänger 430.000 so viel soll ich so die sekunde tausend ungefähr ja wie macht auch gar nichts macht auch gar nichts das ist ja das ist ja nur noch rum das ist jetzt hier kurz und dort waren wir mal die mensch und wir meinen meine zeit maschine maschine naja 4,1 so auch schon so ein play button vielleicht will gar nicht wissen wie auch durch diese scheiß erst mal passt so wie oft ich uns hätte gemacht heute kontroler kaputt egal ich verstehe ich tue ja dann so platte alles umfassbar die wasser denn 760 760 626 150 jetzt in der leitung bambus oder bambus warum hast du einen verfickten trap vor der tür stehen mann ja der geilste bin jetzt soll ich auch so ein auto hast du schon die millionen reist ja ja jetzt geht richtig ab jetzt ist 240 250 260 270 280 290 310 jetzt einfach 1,4 millionen so ist ja ab wie ein zäpfchen jahre internet leitung auf start jungen zuschauer keine rede redewärtiger das muss sogar doch der ist wieder gewonnen muss wieder gewonnen so ein ding ist sagt doch trotzdem viele zuschauer ich sag gar nichts ich sag gar nichts ja das ist ich sag gar nichts ich sag gar nichts das ist aber sicher ist sonst kein kommentar man hat ja oben links sogar wie oft man schon auf die tasse gedrückt wird man schon ein zeichen gemacht ich will ich lasse da 3420 ich hab 4650 er hat gedruckt hat bei mir nicht aber ich habe eingestellt dass sich kurze wege ich hab ja ich weiß nicht ob man das hört dafür so ein mausträger quasi es gab was ich ja gar nicht extrem schnell wasser nicht jetzt ein bisschen schade dass jetzt kein video aufgenommen weiter ja 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 boah jetzt schmeckt schon Digga ja ja man wahrscheinlich besser 240.000 mann und jetzt habe ich mach na ja ich will alles passiert 7,3 millionen und ja ich habe 4 millionen uhr dann ja das ist ja 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 du bist du mal ja 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 ich hab noch gar nichts in der zweiten etage ausgebaut ich morgen wurde gar es ist nfc mann next floor auch noch mal ein geschossen 10 millionen wie machst du die ich drücke die ganze zeit ja die ganze kann ich von drüben kommen jetzt auch wenn die ganze nicht drückt hat die ganze durchgebracht habe 6.000 die ganze alter das ist aber mit dem schatzkontroller die sollen wie du anscheinend 100 millionen wofür diamanten ja bestimmt gleich wenn man kommen sie 10.000 mal für eine große belohnung zu verarschen alter 10.000 mal die krämpfe meinen arm seien geschlafen hat da ich habe einen schlager du nicht ja ich kann nicht mehr ich finde sie so jetzt gerade ich habe erst jetzt die millionen leitung liga ja richtig müllowino wie viele zuschauer und schon zu wenig sagt doch mal man die herren das recht doch anscheinend so weniger ich sagte ich dachte gar nichts mehr ich bin auch so lustiger natürlich immer den wuppert bodega neil hat er denkt hier rum wie sonnach oder alter ja man viele follower mussten pro sekunde um keine ahnung ich habe 13 millionen nur die ganzen anderen jungen ich habe 83 so gefühlt richtig ich habe 500.000 live zuschauer habe mille ich habe 450.000 genau auf jeden fall du hast doch selbst 6.000 7.000 tipps gemacht schon 6 oder 7.000 tipps gemacht ich habe immer die 6.000 tipps gemacht und kommt noch ein blopper bruder mega THEY nö Ah da ist ja mal wieder so 50.000 weg wegen einem bieten coach es ist so anstrengend es ist anstrengend 6.000 gleich 570.000 zwischen 570.000 680.000 hat sich jetzt gerade ab 750 immer schon da nicht die ganze fahrt mich ich habe nicht so viel mehr als du da kommt so vor aber jetzt mittlerweile wenn es unterschiedlich mehr so groß ist ja genau nicht ja genau wie ich weiß ja genau wie viel woher die kraft egal woher so viel geld noch mal ein dropper hacker nix laufe 1 5 millionen wo man so aufpassen dass man nicht irgendwo durchläuft 100 millionen follower aber ich kaufe jetzt die blühe Sachen hier ach jetzt ist mir auch scheiße ein bc kannst du einholen bestimmt dann geh doch weg hier ich habe die ganze zeit mit dem bilder zieler optik oder schon wieder ganz 1500 muss noch 2800 mal jetzt müssen wir auch die teuersten pcs gekauft haben fertig oder machen in unserer haus So raus. Was drücken das jetzt hier? Woah. die vier bilder klicken eigentlich auf dem handy kann ich dir nicht sagen von 4000 die flasse einhänger 36 millionen genaue zahlen 36,6 millionen ich habe 36,1 ich glaube das ist ein schwarzer 36,7 37 millionen warum machst du denn mehr als ich dir das kann doch gar nicht sein 37,5 oder hast du irgendwas gekaufter pc oder so 37,8, 37,9, 38 millionen du hast mich überholt und ich habe anderthalb tausendmal mehr als du gedrückt ich bin jetzt bei 39 millionen er hat wieder den cheat angemacht kurz wie kann das schon wieder sein digga ich höre nur den digga ich höre nur den bei dir boah jungen das ist aber so ein scheiß ne ich habe auch scheiße 40 millionen habe ich ja wie digga mit deinem scheiß jeans wieder digga wie soll das sonst gehen ja wie gesagt ich habe über tausendmal mehr gedrückt als du digga die ganze zeit von dem scheißbildchen digga mir jedes alle zwei minuten zu diesem scheiß herkauf du hast mir schon die habe ich jetzt gerade gekauft ja natürlich krass ah du hast wieder deinen cheat angemacht digga ich stehe ehrlich er hat einfach den hacker schon der wichster da fährst du aber mehr klicks digga du bist halt beide 10.000 ne du bist halt bei 8.000 erst gerade was kostet da oben der dropper 100 millionen boah du musst doch 50 millionen anhänger haben jetzt follower ist aber eine bist du behindert du hast mehr als ich hä nein man kann nicht sein das sind die rechte du hast doch mehr klicks als ich du hast doch mehr klicks als ich na und du wachst doch trotzdem höher als irgendwo sie denn geht doch gar nicht ja woher soll ich dann bist du mit deiner scheiß cheats mach zu cheats man wie viel hast du ja wie denn sonst genau so wie die runde mit dem traffic wie viel hast du jetzt sag mal sag du ich hab jetzt 46 millionen ja siehst du ich hab 43 millionen oder träume ich nicht rum alle wirst du bekommst oder was sie live wirst du schlafen live 1,2 millionen 1,5 ja wie ich weiß es auch nicht keine ahnung hast du denn schon die belohnen bekommen kriegt hier diese 10k belohnen ne gleich hast du vergessen auszubauen eventuell nein nein hast du eine geschenke alle geholt ja unten hast du schon den diamanten dropper ja 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 ne was für ein diamant doch ja mit diamanten freischalten und so hast du schon ne hast du schon den nächsten flow also den dritten ne ok bei mir ist der party jetzt am start digga weil ich jetzt die 60.000 einen ab der million man nicht hat sich tausende wenig ich ich jetzt zieht ich habe es bescheid sie da einfach der muckling die bambam 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 das ist bei mir los hier wie sagst du jetzt mit mit 50 millionen 50 millionen ja der kann nicht sein ich habe es ohne witz ich habe gleich 100 mir wie denn ich habe gleich 100 millionen digga ja wie denn was hast du denn gemacht nix das ist das ist egal du hast du dich keine ahnung doch so safe in dem shop oder so irgendwas gab nein ich will nicht ich will nicht ich will jetzt bei 95 millionen wahnsinniger ich gehe jetzt hoch keine ahnung das ist so teuer ne warum kosten wende 500 tausend fast das war sie nicht hier auch kann man eigentlich den den heck also alle drei minuten steht ja ne das ist so das ist so das ist das ist das ist das ist was das ist was was das ist das immer doch ich habe zwei wo ich habe 3,5 millionen zuschauer ich bin ja gespannt wie die ganze ich bin ja gespannt wie wird gemacht was im video hat segen hat da unten noch junge alter dauert doch eine milliarde jahre alles so viele anhänger macht also wie denn da warst du noch nicht so wie denn ja hier am pool oder mit am pool komischerweise habe ich jetzt auch 100 millionen dinger ja am pool oben wissen da ja auf jeden fall ich bin gar nichts wie viele anhörige hast du denn jetzt 110 millionen du bist hin mehr wie viele 160 millionen warum ja weißt du am besten digger nein die followers macht du hast doch bestimmt gerade irgendwie so ein schatz über den richtigen ich war gerade da also ja aber ich weiß nicht 160 millionen autoreiniger vorher woher so viel mit 100 millionen neun millionen neun millionen ich bin bei 14 millionen ein bisschen kann aber du jetzt machst ich weiß es nicht hast du was ausgebaut oder was wieder irgendwas ja weil du da oben bist nfts hab ich mir schon geholt wir machen braucht eine milliarde follower hat für den stürmer button da oder was aber oben gibt es ja nichts oder im nächsten ja da bin ich wir haben heißt wir brauchen trotzdem herzlich hat sich die ganze zeit gefragt ja komisch pro sekunde pro sekunde ja so schätzungsweise 5 millionen 5 millionen naja ja du verarschst mich doch komplett jetzt gerade 5 millionen alter der labert der labert ne und ja ja 8 millionen ja ja 8 millionen 10 millionen er acht dann wirst du jetzt schon gleich die einem jahre für die jahre 800 millionen hast du nicht verstanden leichter und egal wie teuer die ganze schmerz ist aber sollen Wie viele Zuschauer hast du? 310. 310 Millionen Zuschauer? Na aber doch nicht. Also live meinst du? Ja ja. Nein live nicht. Wie viel denn? 10 Millionen. Ungefähr weiß ich nicht. Schwankt extrem. Okay. Gut. Äh 70 Millionen. Glaubst du nicht Robert? Nein. Ja gut. Okay. Du wirst gar nicht wissen wie viele Follower ich habe. Wie viel? Was schätzt du? Eine Milliarde? Ne. 2 Milliarden? Ne. Also ich kann dir sagen ich mach pro Sekunde. Äh. Warte, du musst mich gut rechnen. Boah. 30 Millionen. 30 Millionen. Ja. Alles klar Liga. Alles klar. 30 Millionen Liga. Also ich hab 117 Millionen Zuschauer. Oh. Hahaha. Hahaha. Hm. Boah, Digga, Alter. Wie teuer das alles. Na, wie lange soll man denn hier warten, Alter? Ich mach halt viel zu wenig Mann gegen die, Alter. PC-Zocken bringt halt auch nix zu mir, ne? Ich weiß nicht. Und was machst du pro Sekunde? An Anhänger ungefähr? Pff, keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Okay. Geht sich da aus, wie so sehr ausgezahlt, Digga? Ungefähr. Was ich? Zwei Millionen, Millionen? So dazwischen? Naja, aber nichts, ne? Lieber Geld machen irgendwie sehr gut, oder? Hänse. Ich kann dir sagen, ich hab immer noch nicht die 10.000, Digga. Das kann ich dir sagen. 10.000? Achso. Die Kriegs? Oh, nie gemacht. Geschafft. Wie so ein Psychopath bin ich dabei, Digga. Also, keine Ahnung. Wie so ein necesita. Wie so ein bisschen. Wie so ein Helm. Das ist ein guter Punkt. Wie so ein Zeichen. Wie so ein Zeichen. Wie so ein Zeichen. als schwanz das dann mit dem geld so lange dauern also der helikopter kostet fünf millionen einigen habe ich 1,7 millionen zuschauer zuschauer 60 millionen ich habe jetzt fast eine milliarde live zuschauer bruder die merke ist meine mutter oder so ungefähr so viel also ich kann dir sagen ich mache pro sekunde zu 250 millionen ich habe jetzt 27 milliarden das ist ein Problem Und jetzt geht's mit dem. du bist ein wichser bis zum wichser bist du bist du schon hochgelatscht hier in diesem bis hier selbst hochgelassener pro hier runter digga ja ach komm hier nach hause haben auch drauf verbaut hat keinen sinn ich fühle mich auch nach wenn denn irgendwo nach vielleicht springen könnte aber ich habe keinen bock drauf scheiß so So. Neue Wärterbottor. so viel man kriegt so wenig kälte nicht also noch mal übrigens habe ich gleich die ganze welt als follower als ein bots noch mal zum bots ich habe mir vor hatte 1,5 mehr jahren zuschauer ich habe mir wirklich so aber schon heftig hat er schon kann auch mal den mega kurse ergangs ich spüre, geht her diga ja kann man so dringend aus ab zu ab und zu mal 100 dollar ja ich bin am punkt ich kann nur noch warten und jetzt halt dann bis ich weiß nicht acht millionen ab oder so ein schreit weiter noch mehr digga nfc von drei millionen die Mega. Die grüne. Okay, doch nicht grün, blau. Wie sieht denn aus mit dir überhaupt aus? Ach, Bro. Die behinderter Ding ist nur ohne Witz. Das ist ein paar cool Scheiße, ne? Kannst du dir doch noch kommen, die Scheiße? Ja, oh. Click to right, ja genau. Wie viel Geld hast du gerade auf Taschen? 804.000. Du? 890.000. Wie viele Follower hast du? Oder Live-Zuschauer, habe ich ja gesagt. 100. Was, 100? 100? Ich sehe nichts mehr. Milliarden oder was? Hä? Ich sehe nichts mehr, Digga. Keine Ahnung. Nee, du siehst nichts mehr. Ja, ich sehe nichts mehr. Nice einfach. Hä? Ist das ein Pack oder was? Mach das dann von 12? Sehr gut, ich habe ja nichts mehr. Ich muss nur keine Ahnung, Digga. ich mache jetzt hier einfach ich mache ich mache ich nach ich mache ich habe eine bessere du musst den dingen zu nehmen den schweißbänner ganz einfach gedrückt halten genauso wie der wie die knabber du kannst einfach durchgehend gedrückt halten so dauert ja aber dann ist irgendwann zu ende 15.000 schritte einfach also richtig kann ein hänger habe ich 3,4 milliarden kann auch warum der muss praktisch machen der richtiger sass soll jetzt kommt verbracht bei mir ich sehe nie mehr ich sehe meine live zuschau nie mehr und die ganze obere links ist weg bei mir ja dann sehe ich auch nicht mehr also muss das handy in der hand nehmen dann sieht man das wie viele live zuschauer hast du jetzt habe ich wieder keine ahnung ich bin wieder mal wieder was anderes hier ich kann nicht mehr Ja, du musst ein bisschen warten, aber immer ein bisschen. Digga, irgendwas ist das voll übertrieben, Alter. Mit den Followern, ja. Aber bringt halt nichts, ne? Du brauchst halt Kohle. Wie pro Latte denn? Äh, 102 Millionen. Ja, okay. Warte mal, ich brauch noch 260. Ach, jetzt hab ich hier gekauft, und so sehen, man... Dann muss ich ja soo und soo, ne? Ja, das ist ja auch schon gut. Ich hoffe, man hat es nur in der Läste, man kluge ich mal. Das war schon 40. Toll, Alter, ich brauch nur 12 Millionen, Alter. Ich krieg mal kurz den Taschen raus. Ich krieg keine IP-Diga, gar nichts mehr. Das ist komplett vorbei. Ja, das war immer so weit, Herr Kunzler. Komplette Rino vorbei, Rino, Mino, Vidocino. So. So. Sechs. 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 Sieben. Sieben. Fünf. Zehn. Zehn. Zehn eins. Zehn eins. Zehn eins brauch ich noch. 10 11 11 11 6 11 6 glaube ich keine ahnung hallo noch ein bisschen mehr ich habe Bock bei dir unten 1,5 4,5 und jetzt weiß ich nicht 10,5 und hier musst du noch mehrere Stufen auskommen oder am Bett das Bett musst du ein paar mal upgraden und oben hier die Bett auch nochmal 5,070 Millionen oder so ok aber brauche ich auch noch davon machen ein bisschen farben jetzt ne ein bisschen farben ja meine freunde so es aussieht hat alle gewonnen noch nicht ich habe die 10.000 Diamanten jetzt für den letzten für letzte Kiste da hinten was gebe ich dafür ach du schaust ich wusste das 200.000 ich habe einfach umsonst gefahren ich habe die letzte Dienst gemacht die letzte Kiste alles für den Arsch braucht jetzt noch 1,5 Millionen 1,5 Millionen also ganz ehrlich ich habe jetzt 2,4 ungefähr drauf da kommst du leider nicht rum oder das glaube ich auch 2,5 ich brauche jetzt 6 Millionen viel das den oder erst mal kriegst du hier so ein Hack so zack 105 Millionen so ich brauche hier oben 5 Millionen und 6 Millionen alles andere habe ich und du brauchst nur diese Statue für 6 Millionen aber hast schon 4,5 drauf ja 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 kleine 1 Billion live ja keine Ahnung in Bayern auch ganz kein Sinn mehr 4,9 4,96 millionen also ich brauche jetzt noch eine millionen und 37.000 also gewonnen auf jeden fall weil ich bin jetzt bei 2,7 millionen heißt ich brauche immer vor nach der statur kommt jetzt 10.000 diamanten und wenn ich trotzdem money ich glaube ich 10.000 sehr wenig ich habe jetzt glaube ich an die 20 oder 25.000 deswegen würde ich sagen du hast gewonnen die 10er kriegst du wieder ich kommst du dir immer vorbei dann würde ich nicht dann müssen wir schon gut oder passen dann müssen wir verringern dann ist doch egal oder es gibt ja ein dünner aus ohne alles also nur brot ein dünner ohne alles also ja gg digga ja danke haut da rein dann wieder gewonnen pf amana otter otter rein ciao